Hey, schaut her mal! Ich erkläre euch jetzt mal die Regeln zum American Football. Und zwar spielen immer 11 gegen 11 wie im Fußball und es fällt aus 100 Yards. Das heißt, 100 Yards ist das reine Spielfeld und am Ende gibt es jeweils zwei Endzonen, die aus normal 10 Yards tief sind. Hinter den Endzonen gibt es noch zwei Goalposts, die Torstangen. Um Punkte auf das Scoreboard zu bringen, muss man Touchdowns erzielen. Touchdown ist, wenn man den Ball mittels Pass oder mittels Laufspielzug in die Endzone transportiert. Für einen Touchdown bekommt man 6 Punkte. Nach dem Touchdown kann man direkt einen Extra-Punkt versuchen. Extra-Punkt kann entweder gekickt werden, dafür gibt es einen Punkt, oder man kann einen weiteren Spielzug ausspielen. Wenn dieser auch gelingt, bekommt man zwei Punkte dafür. Weiters kann man mittels Kick Punkte erzielen. Und zwar nennt man das Field-Goal und da muss man durch diese Torstangen durchkicken, um drei Punkte zu erzielen. Und nun zu den Regeln. Am Anfang des Spiels wird der Ball von einer Mannschaft zu anderen gekickt. Diese Mannschaft startet dann mit ihrem Angriff, der Offense. Sie hat jetzt vier Versuche, um zehn Yards zu überqueren. Um es euch einfacher zu machen, am Spielfeldrand ist die Chain Gang mit diesen orangen Lollipops, die markiert, wie weit die Offense zu gehen hat, um einen First Down zu erreichen. Wenn es der Offense gelingt, innerhalb von den vier Versuchen über diese zehn Yards zu kommen, bekommt sie einen neuen First Down und kann eine neue Angriffsserie starten. Die Besonderheiten der Offense und Defense erkläre ich das nächste Mal.